Jetzt am Anfang zeige ich euch erst noch einmal, wie ich einen neuen Teststand gebaut habe. Das hat den einfachen Grund, dass das Triebwerk nochmal ein bisschen fester sitzen sollte, um dann Vibrationen zu minimieren. Ansonsten war es ja so beim letzten Testlauf, dass die Turbinenblätter durch die Ausdehnung am Gehäuse angeschlagen sind. Da haben wir nochmal ein ganz kleines bisschen weggenommen und dann war jetzt unser Ansatz, dass wir das Triebwerk nochmal testen wollten und zudem einmal einen Kompressor und dann nochmal mit dem Elektromotor. Ja, das ist noch ein Anlauf, oder? Ja, das ist noch ein Anlauf. Jetzt ist es wieder an. Ja, die ist aus, die ist aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.